Haben Sie seine Leistung heute gesehen? Waren Sie begeistert? Gibt es noch mehr? Der Kampf war an sich Werbung wirklich fürs Boxen, weil Boxen lebt ja wirklich von solchen Kämpfen, die wir heute haben. Aber die Kirche müssen wir dort lassen und es ist ja wirklich keine Werbung fürs Boxen bei solchen Urteilen. Und es ist natürlich... Nein, Marco, ich sage nichts weiter. Ich habe schon noch für mich gearbeitet, also hör auf. Und wir müssen natürlich die Kirche im Dorf lassen und Marco ist ein großartiger Weltmeister, aber heute Abend hat verloren. Und vor allem, wenn wir über Werbung fürs Boxen sprechen, dann darf so ein Urteil keinen Platz haben. Vielen Dank, Juan Krasnicki.